Jammobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir Felix geholfen mit, ich hoffe, seinem letzten Auftrag, dass wir, äh, ja, seine alten Kollegen besucht haben und dann umgebracht haben. Heute geht es endlich zur verlassenen Station, eine Quest, die wir schon vor Ewigkeiten bekommen haben und ich bin gespannt darauf, was uns da erwartet. Viel Spaß! Oh. Wie die das nicht mitbekommen hat. Gut. Haben wir Questlein jetzt, äh, ne, Freundschaftsdienst. Ah, sprich mit Felix auf dem Schiff. Ja, aber erst auf dem Schiff. An sich, äh, ne schnelle, leichte Quest. Äh, Problem war nur, dass halt Felix mitten im Gemenge war und den kannst du halt nicht vollpumpen mit Drogen, damit er mehr aushält und so. Also ich hab, im Prinzip hab ich kritischen Schaden gemacht. Und... Ich hab im Prinzip, äh, Damage-Buff genommen und 25% Grundleben. Und damit nichts schief gehen kann. Und das hat so ordentlich reingefetzt, man hat's gesehen. Eventuell hätte ich es nicht benötigt. Du bist nicht aus dem Pott, verdammt! Bist du da hörst? Der wäscht sich nur die Hände. So. Ich denke, Clyde war eigentlich ein guter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Hass sich in Zuneigung umwandelt. Das weiß jeder von euch. Das wird nicht funktionieren. Man weiß nie, was wirklich im Schädel von jemand anderem vorgeht. Nein. Ich denke, dass du wirklich nicht. Ich habe gerade ein bisschen viel in meinem Geist. Das ist, äh, das ist ein bisschen, was zu tun hat. Ich habe immer auf Clyde geschaut. Der Gefühl, dass er ein Agent der Bordung sein könnte, ist einfach abhörigend für mich. Und verraten. Ja, er hat das. Und ich bin nicht sicher, wie ich das überraschend bin. Äh, dich betrinken wäre ein guter Anfang. Kein Witz. Ich bin glücklich, dass du das Kuchen steckst. Du hast mir viel zu denken. Ich werde mich über dieses ganze Messen über ein paar Tage überraschend machen. Ein Teil von mir wünscht, dass wir Trask auf den Boden bringen. Und du weißt, ich denke, das ist nur meine Frustration, zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, Boss. Wenn wir da vorbeikommen, können wir es ja noch nachholen. So. Langbar von 110, Junge. Kann ich da noch was draufsetzen, nö? 110 ist schon mal gut. So, Technik. Wir müssen auf 80 kommen, ne? Das reicht eigentlich. 60, 20% Chance, dass von dir reparierte Gegenstände neuwertig werden. Das ist auch nicht schlecht. Sehr schön. Wirst du noch ein Level Up sein, ne? Greetings Customer. Na gut. Was machen wir als nächstes? Selbstverw-w-w-w-w-w-w-w-w? Mehr Informationen findest du Details? Scheiß auf Felix. Ich hab nur seine Quest gemacht, weil ich hier scheiß Sammler bin. Also. Das können wir nur nicht machen. Der Eispalast. Gewehre Sublight. Fernzugriff auf die Station. Das kommt als nächstes. Und dann erst radiofreies Monarch. Jetzt können wir endlich wieder was Neues erkunden. HFS 1084. Ich komme. Das ist einfach so cool. Gebäude im Weltall zu haben. Wir brauchen eigentlich gar kein Planeten. Wir brauchen einfach nur sowas, Leute. Einfach nur sowas. Gut. Wenn da mal Energie oder so ausfällt. Oder Katastrophe kommt. Ist natürlich scheiße. Aber was soll's. So. Wir sind ein bisschen durstig. Aber gut. Oh. Waffenvorteile. Oh Gott. Was mach ich denn da? Durch dringende Schüsse. Der Rüstungswert des Ziels wird durch jeden Treffer durch Fernkampfangriff um einen reduziert. Dieser Effekt hält eine kurze Zeit an und kann gestapelt werden. Durch jeden Treffer. Eine Schroflinte macht ja mehrere Treffer. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Sämtlicher Flächenschaden und Plasmaschaden, die du erleidest, wird verringert. Ähm. Lauftempo. Wenn du einen Gegner getötet, äh, Gegner tötest, werden deine Mali auf Waffenstabilisierung und Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst, kurzzeitig vollkommen aufgehoben. Wissenschaftswaffenschaden, Schaden bei unter 25% Leben. Ja, ich würd sagen, wir machen das hier. Dann ist das so der Notfall. Jetzt will ich ordentlich nochmal reinkloppen. Der Eispalast. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Restricted Area. Oder auch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Sind die Roboter-Amok gelaufen? Ist ja immer so so ein... So ein Ereignis, was gerne genommen wird. Dass Roboter den Verstand verlieren. Falls sie mal einen hatten. Und dann vollkommen ausflippen und alles töten. Klasse. Einfach klasse. Aber ich hab da noch was dabei. Und zwar der negative Statuseffekt. Dann sollten wir direkt mal noch was trinken, wenn wir was haben. Wird langsam eng gehen, ne? Likör. Was haben wir noch? Nein. Na gut. Wirst du was normales zu trinken? Wodka. Ach Gott, ich hab kaum noch was normales zu trinken. Oh, dauerhafte Gehirnerschütterung. Du wurdest paar Mal zu oft am Kopf verletzt. Was sich negativ auf deine geistigen Fähigkeiten ausgewirkt hat. Nö. Brauche ich nicht. Brauche nur ein Level und dann habe ich eigentlich alles, was ich haben sollte. Das ist einfach alles leer. Habt ihr Getränke für mich? Also leben auf einer Raumstation. Haben wir keine Getränke. Wollt ihr mich verarschen? Fangkuchen. Oh, Purpleberry Crunch. Ja, fast. Purpleberry Shake. Halbvollmilch. Sirup. Vodka. Wieso ist hier überall Alkohol? UDL. Ausweismodule. Oh. Wir können uns also jetzt in dieser Restricted Area bewegen. Wenn sie denn aktiv ist. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir noch eine aktive. Aber es wirkt für mich jetzt nicht wirklich. Jetzt wären das irgendwie... Ja. Aktive Gegenden, wo man nicht rumlaufen darf. Sieht halt wirklich kaputt aus, wenn du mal so guckst. Oh, ich bin jetzt überladen wegen der Scheiße, ne? Nein. Aber hier habe ich gar nicht mehr so viel dabei. Oh, ich muss beim nächsten Automaten mal den ganzen Schrott verkaufen. Ey, wie viel kann ich denn... Was habe ich denn dabei, dass so viel fiegt? Oh, was bist du denn? Schloss knacken. Na gut, behalte ich aber trotzdem. Weißt du, wie geht hier so viel? Ja, hier die ganze Scheiße wahrscheinlich, ne? Und dann der ganze Kram. Muss das loswerden. Okay, hier ist ein Ziel. Wir gehen da aber noch nicht hin. Und hier ist das furchtbar still. Äh. Hör mir doch auf. Es hat mich erwischt. Ich kotze gleich, Leute. Oh. Ein geheimer Raum. Komm ich da hin? Sicherheitsabstand. Daneben zielen. Und treffen. Guck mal, das ist ein Wissenschaftler. Verriegelt. 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 Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen verriegelten Türen, äh, aufgehen und dann die ganzen Roboter daraus strömen. Ich höre nämlich auch gar nichts. Keine Schritte, kein gar nichts. Aber ich sehe auch nichts. Äh, Generator-Modus ändern, normal. Wartungsprotokolle, Anlagen-Statusbericht anzeigen. Problem 1. Toilette in der Wartungskaserne nicht spülbar. Toilette reparieren. Fehler. Arbeitsauftrag existiert bereits. Der vorhandene Arbeitsauftrag wurde vor 991 Tagen erstellt. Letzter Zugriff erfolgte vor 991 Tagen. Also ist es schon sehr, sehr lange her. Oh. Ich sehe, du hast deinen holographischen Schraub-Kam. Was ist los, Ada? A UDL-Vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching in to the station's transmission lines now. I cannot stop... I've been waiting for this day, since we tagged your ship in Cascadia, Captain. I... Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. You're... You're fine? Who is this? What's your operating number? Äh... I don't know how you've managed to look like a UDL-Trooper, but there's no way you're one of us. Ich glaube, du hast den falschen Kerl erwischt. Ich glaube nicht. Das Re-Fueling-System bei Cascadia-Landing-Pad loggete deine Schraub-ID. You've been poking your nose into restricted locations. This makes my superior unhappy. I could peel your ship open like a cannabinoid. But I'm in a sporting mood. Ich hätte gerne, äh... 3.924 Bits? Was ist denn das für eine Zahl? Wer denkt, äh... Ne gra... Okay, nö. Lebendig bekommst du mich nie! I assure you, that was never my intention. See you soon, Captain. The UDL-Gunship remains docked at the station. They must intend to board with a full squad of troops. Ich habe gar kein Problem. Jetzt mache ich platt. Verdammt, jetzt hätten wir die Minen geholfen. Okay. Kann ich jetzt hierbei rein, nö? Auf jeden Fall nicht. Gucken wir erstmal hier durchs Glas. Greifen die mich an, wenn ich jetzt durchgehe? Hallo! Ich bin ein ganz normaler Dude. Bitte dich töten. Dankeschön. Optional, Schlüsselkarte zum elektronischen Kontrollraum. Scheiße, jetzt muss ich mich beilen. Nicht! Nein! Uuuh! Uuuh! Okay. Wo bekomme ich das her? Ich meine, ich kann es auch knacken. So ist es nicht. Aber ich würde es heute nicht gerne machen. Ich bin eine verdammte Assesside. Okay, ich kann dreimal angesprochen werden. Ich habe hier irgendwas verpasst. Irgendeine Schlüsselkarte. Nö. Bestimmt einer von den Jungs dabei, ne? Hm. Stimmt hier irgendwo. Ich will es nicht allzu viel Zeit. Ich glaube, die Zeit läuft da auch vorbei. Ah, guck mal. Das ist die Schlüsselkarte, ne? Schlüsselkarte. Perfekt. Dann knacken wir mal das. Viel Zeit bleibt ich stehen, wenn ich stehen bleibe. Ah! Arbeitskleidung für Landwirte. Okay. Bin ich der geilste Shit? Okay, ich kann mich in Ruhe umsehen, wenn ich stehen bleibe. Jetzt gucken wir uns gleich an. Ich möchte einmal ganz kurz meine Energie auffrischen. Die, 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 die. Ladungsverzeichnis. Etikett. Eine. Eins. Kiste. UDL-Erschütterungsbienen an HFS 1084. Ja, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Signiert von Sicherheitschefin Ida Kimball. Warnung. Inhalt kann beim Transport sich verlagert haben. Garantie erlischt bei sämtlichen detonierten Minen. Unabhängig vom Detonationsgrund. Öffnung. Unbrauchbarmachung oder Zerstörung von Minen ist ein Kündigungsgrund. Minen sind vom Konzern nicht als Dekoration, Haustier oder Sportgeräte zugelassen. Minen sind nicht zum Verzehr geeignet. Minen sind nicht für Recyclingprogramme zugelassen. Nicht auf Minen stellen, setzen oder daran anlehnen. Minen sind nicht dein Freund. Und UDL übernimmt keine Haftung für getätigte oder unterlassene Handlungen von Minen. UDL weiß, dass du jeden Anbieter von Fernzündungssprengmitteln hättest wählen können. Deine Wahl garantiert Produktqualität und Sicherheit für viele zukünftige Lieferungen. Vielen Dank, wir wünschen eine angenehme Detonation. Produktqualität und Sicherheit nicht garantiert. Okay. Was haben wir denn hier? Schlüsselkarte inkodieren. Oh. Nachrichten. So, Labor. Hahaha. Nachrichten. Okay. Von Geschwärzt. Betrefft Schließung der Anlage. Ein Transportschiff wurde zu HFS 1084 entsandt. Ich habe mir die Freiheit genommen, die sensible Materialienwertung dieser Anlage zu erhöhen, was bedeutet, dass ihr markeneigene Verbrauchsgegenstände von Bord nehmen dürft, aber alle persönlichen Besitztümer zurücklassen müsst. Bitte belasst die Tanks in ihrem jetzigen Zustand. Eine Reinigungscrew wird das obsolete Firmeneigentum beseitigen. Bei Bedarf einer Ethikkorrektionstherapie mögen sich Mitarbeiter bitte an einen von SpacerCare genehmigten Arzt wenden. Persönliche Daten. Er hat sich nie von mir verabschiedet. Ich versuche mich davon zu überzeugen, dass ich ihn so in Erinnerung behalte, wie er vor dem Tank war. Oder vielleicht hat er es einfach nicht so mit Verabschiedung. Verabschiedung. Als ich gesehen habe, was von ihm übrig geblieben ist, wollte ich alle, die dafür verantwortlich waren, aus der Luftschleuse werfen lassen. Du hättest doch etwas sagen können, James. Die Zeit war nie das Problem. Mich hältst du nun nicht mehr hier. Die Bits sind es nicht wert. Ich habe eine Versetzung beantragt. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Einzige bin. James ist der im Tank, ne? Glaub schon. Von Chief Kimble. Kimble glaubt, ne, vermerkt zu Chief Kimble. Kimble glaubt, dass es Ärger geben wird, sobald den Wissenschaftlern die warmen Körper ausgehen. Wenn James noch hier wäre, würde er sie beschwichtigen. Da er jetzt fort ist, könnte ich auch ein wenig Überzeugung vertragen. Gestern ist sie zu meiner Koje gekommen. Sie sagte, sollte ihr irgendwas zustoßen, wäre ihr Passwort der Name ihrer Tochter. Ich hoffe nur, dass es nicht zu weit kommt. Ja, wie ist denn der Name ihrer Tochter? Kimble glaubt, dass es Ärger geben wird. Chief Kimbles Tochter. Ja, wie heißen die? Ach, guck mal. Und du bist Wissenschaftler. Ein gut ausgestatteter Wissenschaftler, wofür auch immer du dich gewappnet hast. Jagdgewehr Ultra. Eine gute Waffenwahl hast du auf jeden Fall. Na gut. Kann ich mich hier ja kurz refreshen, ne? Ja. So. Loose Lips. Noch ein Terminal. Ah, guck mal, da unten sind sie auch schon. So. Priorisierter Nutzer Kimble. So, so, so. Kimble. Geschwärzt betrefft deine Bedenken. Natürlich steht es schlecht um die Moral. Du hast diesen Forscher in ganze Tanks voller Nuklein mutierte Gase gegeben und keinerlei warme Testkörper. Was dachtest du, was geschehen würde? Sie können ja ruhig gegenseitig einander herum experimentieren. Aber meine Leute fasst hier keiner an. Ich installiere Sicherheitsvorrichtungen für den Fall, dass jemand damit ein Problem hat. So, Gute-Nacht-Geschichte auf ihre Tochter. Alles klar. Hier kommt's. Es war einmal eine Prinzessin, die sich zur Soldatin ausbilden ließ. Ann Kimble. Ah, okay. Ashley vielleicht. Während die anderen Prinzessinnen sich in Büros und Konservenfabriken Arbeit suchten, übte die Soldatin auf der Schießbahn und sah zu, dass sie auch gar kein Ziel verfehlte. Eines Tages erschien ein sehr skrupelloser Mann und bot ihr einen Job in einem Elfenbeinturm fernab des Königreiches an. Die Prinzessin würde ihren Krankenvater, ihr geliebtes Kind und ihren einfältigen Ehemann versorgen können. Doch dafür müsste sie in dem Turm bleiben, bis die Forscher einen Weg hinaus finden könnten. Als die Prinzessin begriff, wozu sie sich bereit erklärt hatte, beantragte sie ihre vorzeitige Entlassung. Doch niemand erhörte ihr Gesuch. Ende. Ich hab dich lieb, Angelika. Angelika. Vielleicht kannst du mir ja ein besseres Ende schreiben. Bitte umarme deinen Vater von mir und sag ihm, dass es mir leid tut, einen weiteren Geburtstag verpasst zu haben. Deine Mama. Deine Mutter, Alter. Ja. So sieht's aus. Okay. Wir haben den Namen Angelika. Muss ich nur schnell zum Loch kommen. Wo muss das immer so knapp sein? Oh, das ist doch nicht hier. Versperrt. Deine Mutter ist versperrt, ey. Hörst du, Angelika? Deine Mutter ist versperrt. Ich will jetzt lieber ihn sperren. Wenn ich schleiche. Ne. Geht genauso schnell runter. Es geht auf Distanz und nicht auf Tempo. So. Der Rückweg wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber schauen wir mal. Explosionsschutzhelm. Na gut. Sicherheitsroutinen. Ähm. Kontrollpunkt Sicherheit deaktivieren. Persönliche Daten. Protokoll Mama Bär. Kimbel ist vorbeigekommen, um zu fragen, ob irgendeiner von den Ärzten da war. Ich habe ihr erzählt. Was weiß ich. Äh. Was ich weiß. Es ist ruhig gewesen. Frag einfach Alpha. Daraufhin ist sie federnden Schrittes wieder gegangen. Okay. Seltsam. Dann hat sie einen UDL Elektroboden 3000 für meinen Kontrollpunkt angefordert. Und eine Kiste mit Schockgranaten. Vermutlich hat sie mir nicht geglaubt. Bereitet sie sich auf einen Krieg vor. Sie verhält sich, als ob sie etwas wüsste, was der Rest von uns nicht weiß. Scheint sich besonders in der Nähe von Ärzten unwohl zu fühlen. Uh. Die wollen jetzt die anderen Crewmitglieder nehmen. Als wahr mit Test Subjekte. So. Hier dürfte eigentlich gar nichts mehr sein. Oh. Aber. Sieh an. Da. Wo kommen die bitte her? Können doch gar nicht durch den Boden gekommen sein. Ähm. Ich brauche weniger Sachen. Und ich brauche einen Verkaufsautomaten dringend. Macht es ein wenig besser. Schlagkurieren. Aber hier ist auch eigentlich niemand mehr. Klar ist der Typ im Tank. Oder der zählt nicht. Das ist nur eine Handvoll Kabinen. Also hier wohnen echt nur ganz wenig Leute. Dafür, dass die Raumstation eigentlich total riesig aussieht. Das ist wahrscheinlich nur von den Entwicklern so gewollt, dass das alles so eindrucksvoll aussieht. Weißt du, dann passen da fünf Leute rein. Okay. Weiter geht's. Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein Ernst, ne? Der hat mich durch die Tür gesehen. Ohhhh. Ohhhh. Lecko mio. Ja Mensch, ich muss schon sagen, das Raumschiff ist hier aufgebaut wie so ein krasses Rätsel. Macht schon Spaß hier rumzulaufen. Ich hätte gerne mehr so was, so Stationen im Weltraum, die man erkunden kann. Das, das, das gefällt mir wirklich. Das ist großartig. Und wie wir weiter vorgehen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.